Okay, könnt ihr sie noch... Oh, sie können... Oh Gott. Wenn sie sich den Feldmarschall holt, habe ich ein Problem. Sollte mir den Sonnenkönig holen? Komm mal vor mir jetzt... Oh, 24 Steine. Jetzt kommen wir mal in den Geistlichen an. Sehr gut. Äh, das wollte ich machen. So, wenn ich mal die Bäume... Die Bäume hier wegholzen kann, kann ich natürlich die Pflicht dann auch wiederum füllen. Ja. Äh, das wollte ich holen. Als Belohnung. Das da würde ich sagen. Hm. Hm. Für mich nein, ich habe immer noch so wenig. Ja, könnte... Oh Gott, jetzt ist was drin. Ich muss das hier loswerden. Ja, komm, löst dich auf. Toll. So. Irgendwas steht da hier immer im Weg, ne? Da. Ahm. Da muss ich ja mal einen Weg bauen. Ist der Kälmer bald da? Eins, zwei, drei, vier, fünf hat sie. Ich habe zwei. Okay. Ich habe sieben, die haben fünf. Eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Und, zack. Befestigung ausgebaut. Oh. Ich habe es. Das hat den Ziegpunkt trotzdem noch. Das macht mir ein wenig unbehagen. Ja, da, da, da. Ich weiß nicht, ich kann ja die Warte ja auch selbst ver... Obwohl, der ist ja verfüttern. Was hast du gemacht, äh? Alter, wie viel hatten die da schon gemacht mit? Lieben. So, ein bisschen Freiraum. Ich will nicht so viel Ste... äh... ausgeben, ja. So. Ihr verschließt neues Land, mein Freund? Großartig. In der Tat. Moment, eins hab ich noch einen. Gute Neuigkeiten. Ihr habt einen Siegpunkt erhalten. Au. In Hovens Kriegsturm. Lass mein Bruder frei, oder es wird euer Ende sein. Nur wer Angst hat, spricht in Drohungen. Das ist keine Drohung, sondern ein Versprechen. Ein Versprechen, das ihr nicht halten könnt. Eure Arroganz erinnert mich an euren Vater. Und eure Ignoranz mich an die eures Bruders. Ja, toll. Ich hab einen Siegpunkt zu erworben. Äh... Ja, je... Lagerausbau... Liegt nicht schlecht. Gut, gut. Zuerst wollte ich tun... Ah ja, ich hab einen neuen Sektor erobert. Und überhaupt keine Werkzeuge, um auch nur irgendwas, ja... vernünftig anzubauen. Wobei, ich hab Azen. Das heißt, ich muss in der Lage sein, Werkzeuge anzubauen, sobald welche benötigt werden. Und dann will ich das natürlich jetzt so machen, dass... Das... Eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. So, gut, so. So, äh... Ein paar Lager oder so. Da hin. Ja. Gut. Ich sehe, das ist sehr wichtig. Wimmel. Fische. Endlich vernünftige Nahrung. Neutral. Neutral. 3. Da brauche ich gerade mal 6 davon. Ja, das mache ich nochmal schnell. Da habe ich schon wieder 2. Ja. 2 Bios. Brauche ich mal Nahrung. Jawoll. Äh, was will ich mal als nächstes? Schweinezucht. Seine Felsicht... So wie ist das jetzt nicht. Das ist gut. Gut und praktisch. Ähm... Und hier sind auch 3, die könnte ich... Nee. Und ich mindestens noch 3 davon. Wer kann doch nicht arbeiten, wenn das Steinmetze sind. Scheinbar hinüber. So. Mache ich mal hier noch ein bisschen Eisen. Kann das hier weg. Ich mache den zum Geologen. Mal vom... Mal vom extra Funken. Ich habe den fahren. Und dann baue ich auch noch mehr Gold ab. Man kann das hier unten auch. Dann hole ich hier noch... ...n drittes. Und so muss Dranek ein zum Geologen nennen. Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. Ach schon. So, jetzt kann ich endlich vor vernünftigen Wegen Werkzeuge herstellen. Das war aber das Schnellste, ja. Neun. Oh, oh. Irgendwie ist jetzt hier alles ziemlich durchgewaldet. Deswegen ist es mir eigentlich ziemlich egal, dass die Förster nicht arbeiten können. Ich fang hier schon mal an, so ein bisschen Produktionsketten zu errichten. So. 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 Was ist denn der Lagerhausausbau? Ein Holz, ein Steinwüffel habe ich. Das ist ein großer Lagerhausausbau. Guck hier, das kann ich kein Gold mehr fassen. Deswegen ist es gut, wenn ich das Ausbau. Dann erhöht sich die Gesamtkapazität aller Waren auf 50. Also von 20 auf 50. Wo steht denn hier das Lagerhaus? Da. Äh, sonst habe ich keine Lagerhäuser mehr. Ich sehe da nichts mehr. Ich glaube nicht. Sonst ist hier so ein Lagerhaus, was da noch gebaut wird. Eieieiei, jetzt sind hier mal eine Menge los. Oh, ein Brunnen. Wieso haben Bier, wieso sieben Bier? Achso, es sind ja zwölf. Genau, ich dachte, es sind sechs. Das ist ... Mhm. Untertitelung. BR 2018